Die Welt, wie wir sie kennen, ist Geschichte. Wie weit würdest du gehen, um sie zurückzubringen? Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausbringen. Da, ich kenne da einen Bau. . . . . . . . . . Der Schlupf ist weg! So,ômage sind die Welt, siehst du auf die Wurzel aus! So! So,ômage sind die Bundeswehr. Den Druck auf die Wurzel aus, die sind so schön! So,ômage sind die Bundeswehr. Wir verlieren in drei, zwei, drei, zwei, drei! Wo ist die Lage bei New York? Die russischen Störsender haben unsere Luftunterstützung lahmgelegt. Solange Sie die Lufthoheit haben, haben wir keine Chance. Wir dürfen New York nicht verlieren. Sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennetfield ist ein Team der Delta Force. Rufzeichen Metal. Overlord, Metal 9, 2,1. Hier, Sandman. Ich hätte gesehen, dass wir den Zeitsatz haben. Gut, Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenkssysteme. Der primäre Maß befindet sich oben auf der Börse. Die Team sollen zerstören. Er zerstört auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keine Form. Ich habe Einheiten gegeben, die Sie hinbringen. Over. Ach, das war's. Ja, hallo und herzlich willkommen hier. Wir begrüßen euch zu unserem lange ersehnten Let's Play Together. Hier ist Lightswood Games und Project Silverback. Wir machen endlich unsere LP2-Gasar, auf das wir hoffentlich schon lange gespannt wartesten. Ja, wie ihr eben schon gehört habt, ist unsere erste Mission. Wir müssen den Störer-Sender abkarten lassen. Ja, und zuallererst entschuldigen wir uns, darf die Folgen relativ kurz werden. Und, äh, ja, ich würde jetzt sagen, wir verpasst schon mal gar nicht eine Zwischensequenz, oder was soll immer sein? Ja, das ist jetzt der Anfang des Spiels. Unser Auto wurde, ne, unser Auto wurde doch bei einem Raketenwerfer mischt. Wieso das Auto überhaupt noch da ist? Keine Ahnung. Mega. Das ist mal wieder die Quadratur des Kreises. Genau. Okay, wir sind jetzt mitten auf der Straße und müssen uns jetzt durchkämpfen. Erstmal spielt Lightswood Games und jetzt, und das nächste Game spiele ich. Entschuldigung, hier ein Versprecher. Was passiert hier aber auch erst, also? Unsere Waffe, eine MK-Version mit, ähm... Hattest du mal die Fressung? Nein, kann ich nicht. Ja, warum? Das war das eine MK-Version mit einem Hybrid-Visier, was man mit drei umschalten kann. Das war einer von uns, du Forsten. Was sagst du? Sag mir das denn! Unser Name heißt immer von dir. Ich hab den Namen da gar nicht gesehen, die, äh, die außer uns sind. Ja. Wieso hat der Typ einen Ruhr an? Was sich übrigens niemals ändern wird. Ähm, wozu ist das? Und und? Ja, und ich. Oh, ich war da. Wow, halt die Fresse. Halt die Fresse. Ja, mal gucken, wenn du als erstes stirbst, ne? Ähm, das wird für mich mal sogar ne Bälle. Ah, das ist ja vielleicht, dass ein Schwierigkeiten spielt für den Rücken. Warum ist das immer alles verraten, Idiot? Ja, mach den doch direkt, dass ich mir wirklich die zwei zucke und voll scheiße bin. Oh, das war ein Auto mit einem Minigern auf dem Dach, das. Ja, ich hab ihn gesehen. Warte, 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 warte. Das ist der Gladys Grün und die Typen sind alle von dir. Was ist denn, äh, ich weiß nicht. Das ist dein, das ist dein Escort, du musst dich damit folgen. Ich weiß, was ein Gladys Grün ist. Danke, aber danke, dass du mir noch gar sagst. Dankeschön. Das war er. Ach. Ich dachte, wir müssen drei gelocken. Ich würde mein... Was können wir mit drei machen? Umschalten. Oh, was? Auf sterben? Wow, ich hab mit drei umgeschaltet auf sterben. Ja. Ich bin gut. Oh ja, ich bin sehr froh. Nein, das ist nicht. Halt's auf. Was denn? Die Wahrheit kann man nicht verleuten. Ich weiß, dass du einen Pedalisten brauchst, das will ich sagen. Ich weiß. Wieso lebe ich dann in deinem Haus? Das ist von dir einer. Oh, weil die Brücke schon bewertet ist vielleicht. Das kann sein. Vielleicht soll ich auch wieder ein Messer mitzunehmen, wenn einer wegkriegen möchte. Hallo. Hallo, ich bin nicht. Du hast über 630 Schutze im Werbe. Oh, und ich bin hier wieder gestorben. Wow, geil. Wenn du noch, gleich mal schläfst, dann übernehme ich das. Ja, das, äh, man will ja. Das mache ich auch, wenn du, äh, also jeder, der fünfmal gestorben ist, dann übernehme ich die andere, weil er sonst zu lange dauern würde. Ich wäre ja nicht knapp mal in einer Mission an derselben Stelle stehen. Ja, ja, würd ich jetzt auch sagen, ja, es wäre entfällt, du füß dich mal da, wenn es andere kommt. Das ist dein Commander, wie kannst du denn Befehle gehen? Ja, der kommt ja nur abends. Ich haße den Sandmann. Du musst übrigens rechts, ne? Äh, äh. Ja, nein. Oh, doch, doch. Wie suchst du den Autotunner? Keine Ahnung. Ich weiß, dass es ne Tiefbereisung gibt, aber so sehen die, glaube ich, nicht aus. Äh, weiß ich. Aber da krieg ich mal das aus. Wäre super. Kehren Sie um und stoßen wieder zu Ihrem Trupp, du bist zu schnell für das Spiel. Alter, das ist das Spiel. Jetzt bist, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Da oben steht eine Zielaktualisierung. Unter von der Straße, nach rechts. Das kommt irgendwie sehr früh. Das ist ja eigentlich gerade ein sehr nice Gameplay, wo auch mal einer gesagt hat, und wir brauchen Spider-Teiler und danach, ja, ich weiß, das Spiel ist zu schnell für mich. Da ist Ende. Äh, ja. Lauf einfach dem Typen hinterher. Okay. Spiel bestreicht. Hallo Sandmann. Sandmann, wie war Sandmann? Ich weiß, du tigst nicht, ich bin nicht. Braucht zu sehen, wir tritt nicht die Soundkarte kaputt. Ähm. Ah, ja, stimmt, die Sandmann hat kein OEM, ja, ich hab nichts gehört, ist deine Soundkarte. Das ist ein bisschen scheiß, ey. Wieso steckt ein Hubschrauber im Haus? Vergabend, ich glaub, der hat Kopfschmerzen. Ah. Warum leh ich mich eigentlich nicht? Deine Reile. Weil ich die Battlefield-Standmann-Kopf hab und da ist STRG gleich doppelt. Tja. Alter. Ich würd mal nicht auf das Leiter ziehen für ein Rohr, ich halt, ne, dann wär ich glaub ich auch mal so ein Freund. Schieß ihm ins Knie und du hast toll, du hast so eine Lübe. Ja, das ist, äh, eine Lübe. Hm. Pass auf, der Kopfschmerzen. Ähm. Warum? Nein, doch nicht. Ich hätte jetzt damit gerechnet. Ja, ich bin dann auch. Achso, das war eine Kommande. Das ist eine Kommande, wieso machst du das? Ja, ich wollte, eine Kommande, mein Zahn. Oh ja, ich bin so gut. Ja, ich bin so gut. Ich krieg Kopfschmerzen. Ja, ja. Ja, das ist gut, da. Ach, das ist gut. Knappgranate. Hallo. Stürb. So. Und das klingt die Typen. Ah, fack, ich selber gebrennt. Oh, und? Hauptsache, das kriegt keiner mit, wa? Aber ich hab nichts mehr. Tschüss. Ey, das ist einer, für dich. Was ist das Geschmer? Er hat die Erlacht zugegeben. Deine Moller. Äh, das ist vielleicht auch. Okay, hallo. Sollten wir sie ausschalten? Ich bin gespeichert. Sehr interessant. Hm. Das ist übrigens ein Jubilie, glaube ich. Noch ein bisschen Schmuck, wirklich. Für, oder? Noch ein bisschen Schmuck in der Elm, für eine Freundin. Ja, das ist... Oh, fuck. Kommt, Mann, lieber Sonnenblatt, als Maul, du kleiner Kisser, ich schnapp dir aufs Maul. Dann streich ich zurück und nach oben, meine Hund. Ja, nein, dann sind wir nicht keine Ahnung, meine Hund ein, weil ich eh ist. Ja, das stimmt. Dann hol ich irgendwie Schleif, weil du Angst hast. Ähm, warum muss man schon mal einen halt nicht erzählen? Du, ich hasse dich, geh weg. Ich kann auch deine richtigen Art verraten. Das wissen wir eh. Das wissen wir, dass ich für den Falle... Ha, 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 ha. Aber ich kann deinen zweiten Namen verraten. Als Maul, ja. Jan heißt Maul. Das habe ich nie bestätigt. Ja, ja, gut, jetzt auch gar nicht. Einfach klar. Der Typ ist schon weg, aber auch egal. Ja, ja, das ist... Positionen, wie das ist? 94. Alter, sie sind voll auf Verletzung, da haben wir die Idee. Aber ich kann nicht mal, hör auf, wie ich die schiebe. Du schießt zurück, aber ich schießt drauf, ne? Hau zu dem anderen Typ mit Bälle gegen. Die eigenen Konditionen beratend. Das ist aber... Halt, die sich jetzt aufhören? Ja, ja, das tut. Okay. Granate zurückwerfen, wer ist umvoll gestürzt? Meinst du so? Ja, ja, genau so. Sie wurden von einer Granate geblieben. Achten Sie auf die Kamera. Und ich würde sagen, weil ich gerade keine Ahnung habe, ob Fraps ist die Aufnahme abgedrungen oder nicht. Ich mache mir mal gerade einen Cut und gucke uns das an, was wir gemacht haben. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ciao.